Moin Leute, willkommen zum Video und ihr seht schon, diesmal sieht Fortnite ein bisschen komisch aus. Das ist nämlich Fortnite Rette die Welt und wir neigen uns hier dem Ende. Nämlich bekämpfen wir heute den Sturmkönig, Chrissy der Endboss in Rette die Welt und let's go. Das dauert schon mal anzuladen. Okay, wir sind schon mal hier. Sorry an die Leute hier, aber... ...wird stumm geschaltet. Wahrscheinlich haben die die größten unserer Gehäuser in der Zeit. Okay. Oh, wir sind da, da ist der Sturmkönig. Ja, ist für euch auch. Das ist der Sturmkönig. Er ist auf das Gas. Und die Scans zeigen mir deine Schwachpunkte an. Schieß auf die Schwachpunkte! Auf die Wache, man kriegt Ball an, okay. So macht man das! Ich hab da noch meine Wache. Hier ist sie versteckt. Ja, wie geht das? Wie ist die? Oh, das wird ordentlich wehtun! Ja, das tut ihm weh. Das höre ich auch. Ja, nichts erwischen lassen von dem Strahl, alles gut. Da ist noch was. Ich hab's. Nice. Nice. Zu schnell. So. Okay. No problem. Die Matchplags hier die 9Ts. Ja, ich komm nicht geschält hin, was ist denn das? Du hast ihn geschmeckt! 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 Nicht gut gemacht! Er wacht auf! Der hat noch geschlafen! Achso, der war koron. Ich bin los. Derzeit stellt alle Gebäude. Das ist nicht so geil. Und man drückt mir noch ordentlich Damage. Das ist nicht so geil im Match. Das ist nicht so geil im Match. So, weg damit! Ich hab ihn schon wieder fast. Nice! Ah, jetzt bin ich. Ich verliere mich. Sehr gut. Haha! Genau so wird das gemacht! Genau so wird das gemacht. Nice! Er ist erledigt! Und jetzt verpass ihn an eine mit der Spitzhacke! Eine gute Spitzhacke verpassen. Vielleicht, wie gesagt, ist getan. Da muss man erstmal ankommen. Aber wofür es erfasse ich in eine gute Spitzhacke? Das ist eine Frage. Achtung! Du hast ein Horn zerstört! Wir haben sie in einem schon perfekt. Gebt ihm alles was ihr habt! Rauf auf dieser... What? Nice! Ich habe gerade hier in Grathe die Welt fast durch gespielt. Also ich weiß, dass es nicht aufs ganze Ende ist. Auf Position! Auf Position! Was heißt das? Was heißt das? Jetzt fügt das Thema ab. Machen wir mal weg oder was? Auf jeden Fall den Sturmkönigbesuch gesiegt in 4 Minuten oder sowas. Das ist eine Recordzeit. Würde ich mal behaupten. Das ist bestimmt nicht Weltrekord, aber... Das war ziemlich gut. Mega nice! Wir haben den Sturmkönig richtig platt gemacht. Danke übrigens für den ganzen Support, den ich gerade auf YouTube bekommen. Und... Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und... Schau!